Ein Bauherr braucht einen sicheren Grund, mitfühlende Kollegen, einen freundlichen Bankberater ein robustes Fahrzeug und eine belastbare Ehe. Ich glaube, es ist schon wieder die Sicherung gegangen. Ja, weggelegt, oder? Das mit euch am Haus wird eh nix. Wieso? Der Herbert arbeitet doch eh wie ein Viech. Eben. Düringer baut. Ehe, ja, ja, schau es erst. Sack. Das ist jetzt wohl nicht wahr. Das ist ja nicht mehr. Ja, sportliche Rände, so will ich schwitzen. Die wirst du schleifen müssen. Aber nicht mit dem Schleifpapier, mit dem Caterpillar. Das geht schneller. Ich meine, wir sollen das alles zahlen. Sicher eine berechtigte Frage, Herr Gritzel. Nicht mit mir, Herr Skar! Oh, oh. Ehe, Päuslbauer starben langsam. Sie finden das lustig, he? Roland Düringer in Hinterholz 8. Genau.